das ist schön ja du kannst echt viel machen mit den jailbreaks heutzutage wobei das ist ja nicht mal wirklich kein kein inoffizielles sondern offizielle sogar ja ja doch ist schon aber aber android ist ja eh frei oder ist ja ja ich glaube irgendwie so doch im mordler passt schon oh ja genau vor mir warte mal wenn er auf mich zukommt er hat mich trotzdem angesteckt das ist so die wissen ganz genau die zombies du hast gerade da eine munition verschossen auf den die mordler und dann kommen sie um die ecke jetzt kommt die ob die blöde mutter hier noch um die ecke halt und die besorgt zwischen wieder richtig von ein noch so einer alter so ich muss mich jetzt hier erst mal heilen weil sonst habe ich ein problem das geht darum geht gut los gerade ich habe doch hier den hinweis auch schon gesehen ja der ist ein haus munition kein messer doch gut alles klar ja das kann man schnell passieren dass man das vergisst die erste runde ist ja geile nicht die auch gleich hochladen mal gucken ob die aufnahme dann geklappt hat aber zwei jahre ist ja das eigentlich genau ich hoffe ja wenn nicht hat es trotzdem spaß gemacht ja das habe ich viele von diesen schwamm mädchen hier rumlaufen das ist noch eine ja ja gut alter der perk hat echt was gebracht meine verbrannte rechte seite die ich hatte dies wieder komplett heile hat ja du kannst echt ohne scheiß obwohl das hier so eine art maschinenpistole ist ganz mit der richtig gut ziel ne ja das ist schon mal gut ja kommt zu mir die bewegt sie ein bisschen schräg und schnell jetzt gehe ich dahin jetzt reicht es mir aber komm herr ja so ich muss auch nachladen weiß ich glaube so drauf zu und merkt so ach du scheiße und das hat sie natürlich gemerkt dass jetzt nach lade das haben sie natürlich schön programmiert ja träum weiter haben schon andere versucht so ich warte mit dem muss ich messer hier sind gegner hier mal schön ich werde angeschossen hier ich weiß nicht wo weil ja hier rechts er ist da und hier ist auch lang gelaufen ich vermute mal der wird jetzt hier oben versucht lang zu kommen ein habe ich super sonst um den anderen noch kümmern friendly war ja wo war der das habe ich nicht mitgekriegt vorhin also hier ist einer links rumgelaufen der genau und den der andere war ja irgendwie hier in diese richtung oder oder ich glaube hier warum guck mal kann sein dass ich von hinten dann erschossen werden hier sind zombies da hat er nichts gemacht hatte mal ich gehe mal rein ich vermute mal ich habe den mal ausgeplündert das ist ein anderer kompagnon hier ist eine saaten mutter oben ich hoffe die sieht mich nicht das hoffe ich für dich auch ne wo ist der andere gelaufen keine ahnung geht es hier irgendwo hoch wir müssen eh hoch ach so wo ist denn der den ich plündern kann im tor und raus prima vielleicht war es auch nur der ein da liegt er jetzt hat die waffe gewechselt der schlumpf ich will doch den typen ja mal gucken was das gibt verbanntasche habe ich bekommen das schmeckt so wir müssen da irgendwie hoch es ist irgendwo hier oben offen fett geballert hier wo das nicht gut ach da hinten nur um ja ich habe hier gerade begegnung wieder mit meinem messer freund den nenne ich jetzt mal messer schmidt das ist wie schnell der umfeld ist echt unglaublich wo ich komme mal drunter und kommen man da eine richtung auf jeden fall schon mal gelöst ich mal wurde jetzt hier ballern da bist du sehr gut ich gehe mal kurz falls er doch mit einem kollegen da ist ziemlich mal den typen draußen an ich habe aber auch gedacht dass hier ein zweiter gewesen wäre wo müsste sagt mutter weil da was soll ach ach hunde sind hier alles klar da ist ein hund eben alter kommt auch wenn man ein zombie angelaufen danke kommt der nächste hier ist viel verkehr da hat diese mutter ist jetzt egal warte mal ich kann es ja mal versuchen hier hinten ist auch von der munition ne oh ja ah jetzt haben wir sie ah alles klar oh ich wurde angeschossen ja ich habe sie auch gesehen scheiße oh shit oh ich lauf genau rein ich habe sie genau auf einmal hast du vor mir gesehen richtig hinter der treppe irgendwie ich war so vernebelt schon wieder da fliegen die kugeln um an alter die sind ja die drehen ja völlig am rad hier ja die sind voll am durchdrehen bestimmt anders irgendwie rechts rüber gelogen ach so war der ja es nimmt die tür ach da genau oh alter das ist auch ein gelbes fasst ne ja ich weiß aber das war jetzt ein bisschen zu spät ja okay das ist jetzt aber auch eine üble konstellation oh scheiße alter da kommt der hier von hin alter da war keine chance dr ja 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 minus masks wie